Was gibt es über mich zu erzählen? Mein Name ist Gerrit Kling. Ich bin 55 Jahre alt und seit über 30 Jahren Schauspielerin. Mittlerweile auch Regisseurin, Autorin und Coach. Ich habe damals meine Schauspielschule an der Ernst Busch absolviert und war an vielen großen renommierten Häusern engagiert, wie zum Beispiel dem Deutschen Theater, dem Staatstheater Schwerin, den Nürnberger Bühnen oder den Kammerspielen in Hamburg, um nur einige zu nennen. Aber ich habe in den ganzen Jahren auch sehr, sehr viel Arbeit vor der Kamera geleistet. Und diese Arbeit macht sich für mich als Coach jetzt sehr bezahlt. Ich habe einen großen Erfahrungsschatz gesammelt. Ja, und was ich als Coacherin vermitteln möchte, darauf werde ich später noch ganz genau eingehen.